Oh, das sind Sachen auf dieser Welt, die ich einfach nicht verstand. Erstens haben wir hier oben Internet. Also ich weiss wirklich nicht, wie das geht. Ich meine, aus meinem Haus geht eine Internetleitung raus. Es brauchen vier Leute die Internetleitung. Wie kann die Leitung unterscheiden, von wem jetzt die Informationen sind? Zweitens habe ich ein U-Boot. Wie genau sinkt ein U-Boot? Und wieso kann es einfach wieder aus dem Nichts steigen? By the way, ich weiss, dass es zu all dem eine physikalische Lösung gibt. Aber das ist für mich einfach zu viel. Dann habe ich Glas. Wieso ist Glas Sand? Und wieso ist das plötzlich durchsichtig? Und wieso bleibt das für immer durchsichtig? Auch das. Wie funktioniert das, dass ich iPad Air drücken kann und das läuft einfach? Games. Und damit meine ich vor allem das Design von einem Game. Wie kann man das designen und wieso funktioniert das so gut? Ich verstehe das einfach nicht. Und dann als Letztes habe ich noch FZZ. Wie man FZZ-Fan kann sein. Das habe ich noch gar nicht verstanden.